Oh, der fliegt gerade durch hier. Oh, aufgeklatscht. Und jetzt, nein, nicht Grand Theft Auto. Das kommt noch. Blamo viel Zeit. Ist die schönste Zeit. Große Krabbe Pizza. Hast du gestartet? Ja, läuft alles. Ja, nehmst du auch schon auf, oder was? Ja. Das heißt? Man könnte jetzt eine Anmoderation machen, aber... So. Ja. Ich meine, es ist ja... Sieht man ja, dass es Battlefield 4 ist, die Beta. So. Wow. Ey, ohne funktioniert das nicht. Wow, was ist das für ein Intro, Mann? Krass, oder? Hä, 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 hä. Wow, wow, wow. Ne, 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 ne. Bei mir ist das Beta oben mega abgehackt. Ne, das ist voll. Mega. Was kann ich machen? Äh, kann ich da irgendwie was drücken? Ach so, oh, ich muss das ein bisschen kleiner machen. Aha. Ja, meins war voll. Was kann ich hier machen? Kann ich den jetzt einladen, oder was? Ah, das geht nicht. Ich komme auch nicht zurück. Ach doch. Welcome to Battlelog. Wie komme ich denn da jetzt hin? Bla, 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 bla. Ach ja, der hat mir jetzt einen Battlelog 2.0 und so, ne? Ja, habe ich in welchen gesehen. What the fuck? Hey, friends. Äh. Ja. Wie viel lade ich dich denn ein? Ja, ich habe mich auch gerade schon gesucht. Das ist komisch. Better viel Beta in the menus. Vielleicht so. Der Arno Messages. Oh, was? Der Arno Messages. Joy, also ich kann da irgendwen beitreten. Mission, Mission, what? Kann ich mal wem beitreten. Missions. Complete friends. Profile. Hä? Ich glaube, das ist mega komisch. Zurück. Ich kann... Wie? What the fuck? Close Battlelog. Junge, ich habe ein Skill von 250. Geil. Äh. Press. L3. Multiplayer unlocks. What? What? Was ist jetzt passiert? Doctags. Geil, habe ich schon Doctags? Ja, ich habe Doctags. Kann ich... Ich habe eine Woche noch. Wait a minute. Ich auch. Erstmal muss ich gerade meinen Doctag ändern. Mein Liebes. Oh, Doctags. Wo ist denn Deutschland? Da. Deutschland. Die sind aber, glaube ich, nicht... Oder sind die alle schon von Anfang an auch im normalen Spiel freigeschaltet? Oh. Deutschland habe ich. Ja. Wo ist das? Wo ist das? Bei Deutschland? Wie Germany? Geh wie Germany. Okay. Da. Da bin ich richtig. Irgendwo da. Oh. Germany. Oh. Battlepacks. What? Du kannst dir nicht beitreten. Was ist denn Premium? 5 Expansion Packs 2 Week Early Access Exclusive Personalization Priority Access to Serbos Wow 12 Bonus Battle Packs Wow, okay, du kannst mir höchstens joinen Okay, das versuche ich dann mal Conquest and Domination Warfare on a massive scale Capture and hold objectives The classic Battlefield mode Close Quarters Infantry Combat No Vehicles, Capture and hold objectives I'll get you Ja, Conquest Ja Will dir beitreten Ja, soll ich jetzt Conquest drücken oder was Ja, weiß nicht, ja, meinetwegen Conquest Ja, ich hab jetzt Joining Server Jetzt müsstest du mir beitreten können Junge, saving Junge, Junge Pre-Order now, Battlefield 4 Battlefield 4.com Da, wo bist du drauf? Weiß ich nicht Bist du Conquest, ne? Ja You have been placed in a queue Your current position is waterfuge Ha, da ist noch einer dazugekommen, Bitch Junge Ich seh grad noch gar nichts Schwarzer Bildschirm mit saving Nico fällt die Treppe runter Wart mal kurz Klatsch Was denn jetzt passiert hier? Loading Wow, wow, wow Okay, ganz cool Keep cool, man Oh, was nehm ich denn? Okay, ich nehm mir Salt Was? Battlepacks Hm Warum bin ich drauf runter? Battlepacks Contain Items Hat mich grade angemault Dass ich das keinem sagen soll Weil das weh tut Such as Weapon, Accessories and Boosts Was ist das? Weiß nicht Boah, das dauert das ewig Bis ich da reinjoin kann Oder was? Schon nicht so Ja, ich bin dran Options Sensivity Ne, Sensitivity Ja Pre-order now Battlefield 4 Okay Reset Save Settings Yes, please Yes, please I would like that I appreciate that Oh Ich glaub aber, dass Battlefield 4 Bei mir nicht sofort am Start sein wird Ja, ich will erst, wenn PS4 da ist Ja, wenn überhaupt Wow Flag Procession Yes Geil Zehn Punkte gekriegt Du bist nicht mit meinem Squad Ja, das ist schade Das wäre aber scheiße, wenn das nicht geht mit dem Squads Und so Also irgendwie muss man ja einladen können Weil da ja steht Battlepacks Was? Junge, du kannst ja auch Packs open Battlepacks Ja, irgendwie Nur wie Option, erstmal hier Sensitivity hochschrauben Erstmal Auto fahren Ach, mit 4 Eck jetzt Vertical Wow, was ist das denn? Sorry Oh, das ist ja mega komisch Die Steuerung jetzt Okay Und was heißt Team Setup? Weiß ich nicht Okay Nein, da ist ein Panzer Shit, 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 shit Oh Gut, dass ich nicht in deinem Team bin Oh, ich bin tot Shit Fuck Team Setup Wow, wow Was ist das denn? Ich bin hier raus Okay Das ist wie raus Ach, ich bin draußen Wow, das ist echt mega schnell Lol, du bist mega in meinem Ähm, Gegner-Team Oh scheiße, ich muss das ein bisschen runterdrehen Switch mal das Team Warte Commander Ah, 85 erstmal Okay Wie kann ich hier Ich will doch nicht Commander sein Wieso Wie kann ich denn Wie kann ich hier ins Team wechseln? Du musst, wenn du spawnst Äh Dreieck drücken Okay Dann steht das Team Options Das ist das nämlich Warte, der hat hier So einen coolen So einen Jeep einfach mal ins Gebäude gefahren Warum auch immer Da steht da jetzt einfach nur so oben Ich fahre im Fahrstuhl Ich fahre im Fahrstuhl Und wie Bin ich dabei immer noch nicht Befehl drin Mein alter Oh, ah, ah Unter mich droht Shit Ich bin sicher tot, ey Hammer Und jetzt? Wie kann ich Ich bin jetzt Dreieck Oh, geh ich nicht Was? Switch Team R3 Teams war voll Oh, nein Da ist einer Kriegen wir gar keine Anzeige mehr Wenn wir was getroffen haben Okay Last Band in Squad Last Band standing Warum habe ich denn hier alles? Ich komme überhaupt nicht klar Hey Pisser, ey Ich bin ein Noob Aha Ist so old Du hast Ake Klar Hä? Ich bin mal gespannt Ob das Ding hier zusammenkommt Jetzt bin ich im Customize-Dingens Oh mein Gott Das ist so voll Was ist das? Da Oh Wie kriegt Ein Defi Wo ist denn Customize? Wie? Oh, da muss ich jetzt Loil, was geht hier ab Bei Customize Ja, ach Das ist aber auch krass What the Alter Kabel Nein 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 Habe ich einen Defibrillator? Ich wurde gemessert Ah Oh, ich habe noch keinen Defibrillator Aber ja, den muss man erst freispielen Shit Shit Deploy Okay, das ist ja schon irgendwie cool Dass man Oh We are going down Nein Nein Es ist Oh Mann ey Pflichte da so runter Ich bin mir erst dran gewöhnt Nachher Gamescom Da auf dem PC Da habe ich ja mit dem Xbox Controller gespielt War auch, oder? Ja Ja klar Was denn sonst? Ah Ich habe mich noch mehr gefailt Oh, Granate Oh, wo bin ich? Ah Lauf ja auch Lauf ja auch Lauf ja auch Ah Ah Ich glaube, ich bin die Sensi TV Wow Oh 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 Was bin ich jetzt? Bei dem Gebäude so runter Zurück, zurück, zurück Scheiße, ich bin im Menü Fuck Nicht Ich will spotten Ich will gucken Oh, ich bin drittletzter Super, du auch Egal Ist die erste Runde Da kann man das mal erwarten Hey, fit something Boah, da kann man von links Auf dem Dach Oh, what a Noob ey Was habe ich denn? Achso, das ist ein Medikit Aha Jetzt macht das noch ein bisschen Sinn Ich muss hinlegen Ah, fuck, ich wollte Angie Ja, hinlegen, es wurde ja auch umgelegt Oh, fast Kreis ist hinlegen Und R3 ist messern Bei mir, also das kann man bestimmt nochmal umstellen Jaja Jetzt denke ich sowieso Granate ist noch gleich Ah, ich treff dich Ich treff dich Ich treff dich Yo Oh, mit einem Hubschrauber drin Wie kann ich nicht rausziehen? Au Aussteigen und so ist jetzt mit Viereck, lol Ja, ich wundere mich die ganze Zeit Los, Granate Shit Hab ich drückelt Fliegen hier alle runter? Spackway Was? Halt schon drücken Wir wollen alle auf das Dach springen Aber nicht einer hat, glaube ich, das Dach getroffen Hm Oh, was hat Oh, hier Squad commands hab ich Need ammo Ja, ich weiß Need ammo Dip, dip, potato chip Gib mir ammo Ich hab dich schon einmal getötet Ja, toll Oh, fuck Nicht gut Ich hab hier so'n Hallo Was? Oh 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 Was hast du? Irgend so'n Vietnam Nee, oh Nee, so'n Chinesen Der die ganze Zeit so Wai, chä, 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 chä , chä, chä, chä Chä, 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 chä Chä, 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 chä Muss man sich jetzt mal mega umgewöhnen mit der Steuerung Mit dem Laufen ist auch komisch, dass der erst anfängt zu sprinten So Mega, also so Was ich euch mein Ja Und let's go Das ist ja die Map, die man von Anfang an so kennt, ne Siege of the Eye Parcel-Storm hätten die eigentlich auch mal nehmen können Ich fand die ziemlich geil Ich kann nicht Muss schießen Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe Was ist das? Aussteigen Wie schalte ich denn den Laser von der Waffe aus? Weiß ich nicht Nach oben, glaub ich, war das Irgendwer hat irgendwie was gespottet Alles ist einfach mal anders Und jetzt, wo ich so viel GTA 5 gespielt hab Und da fliegt die Treppe runter Oh mein Gott, wo ist Messern? R3 Wie in Call of Duty immer Wenn's normale Steuerung ist Shit, da hätte ich grad einen messern können Hier wie Ach, ich kann nicht Ach, ich kann nicht Man kann sich sogar lehnen Wie denn? Mit L Irgendwie Keine Ahnung Mit L1 oder so Was ist denn L2? Macht ja gar nichts Hammer Ich glaub ich muss mal ne Runde Fahrstuhl fahren Ich hab ihn mit L2 oder so Ich hab ihn mit L2 geteilt Ich hab ihn mit L2 geteilt Das ist ja um Das ist ja um Erweiter Ich hab ihn mit L2 geteilt Bis zum nächsten Mal.